Musik So, was machen Sie draus? Hartes Einsteigen hier gibt zurecht, Gabe. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig, kommt nicht hinter dem Ball, viel zu ungefährlich. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung der Schiri-Stadt. Oh, er traut sich aus dieser Entfernung, fast der Treffer. Da hat der Kipper nicht mit gerechnet, war ein guter Versuch. Weiter in dieser Szene, immer noch Gefahr. Ishak Melconil. Boah, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Bis zum nächsten Mal.